Sollte sich Ihr Gesundheitszustand negativ verändern, werden die zuständigen Stellen in Echtzeit informiert und es wird Ihnen geholfen, bevor Sie womöglich die gesundheitliche Gefahr selber bemerkt haben. Die US-Großbank J.P. Morgan Chase plant für 2025 die Einführung eines biometrischen Zahlungssystems. Sie müssen lediglich akzeptieren, dass Ihre Handflächen oder Ihr Gesicht beim Betreten des Geschäfts gescannt werden. Haben Sie schon von Nanotattoos als Biosensoren gehört? Er soll ein kontrollierbares und steuerbares biotechnisches Produkt für die kriminelle Machtelite werden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Klagemauer TV. Das Video heißt Totalkontrolle. Digitale Markierung jedes Menschen. Lass einen Daumen hoch und schreib einen Kommentarchen, abonniert den Kanal. Peter geht los. Und los. Stellen Sie sich vor, Sie können einkaufen, also nehmen, was Ihnen gefällt. Ganz ohne Portemonnaie, ohne Plastikkarten, ohne Kassierstation und gehen mit Ihrem Einkaufsgut nach Hause. Einfach so, Sachen nehmen und nach Hause gehen, sagst du? Von Ihrem Guthaben wird alles fein säuberlich detailliert abgebucht. Sollte sich Ihr Gesundheitszustand negativ verändern, werden die zuständigen Stellen in Echtzeit informiert und es wird Ihnen geholfen, bevor Sie womöglich die gesundheitliche Gefahr selber bemerkt haben. Hört sich crazy an, ne? Aber... Damit wird Ihr Alltag erleichtert und Ihr Leben sicherer. Genau so werden die uns das verkaufen. War? Zukunftsmusik oder Albtraum für Sie? Diese Gegebenheiten könnten schneller Realität sein, als Sie denken. Die US-Großbank J.P. Morgan Chase plant für 2025 die Einführung eines biometrischen Zahlungssystems, welches ermöglicht ein... J.P. Morgan plant die Einführung biometrischer Zahlungen mit Pop-ID im Jahr 2025. Er tritt den Zahlungsgiganten Visa und Mastercard bei, um den Markt für Biometrie im Einzelhandel zu verfolgen. Yo! ...Häufe zu tätigen ohne Bargeld, Kredit- oder Debitkarten. Sie müssen lediglich akzeptieren, dass Ihre Handflächen oder Ihr Gesicht beim Betreten des Geschäfts gescannt werden. J.P. Morgan Payments habe dieses System bereits im Jahr 2022 durch einen Lebensmitteldienstleister in Texas erprobt. 35... Wie jetzt, Digga? Die scannen Deine Hände und Dein Gesicht und dann... Wie jetzt? ...0,83 Milliarden Transaktionen im Wert von 2... Wie funktioniert denn das? Und wenn du was anfällst, dann erkennt der das oder wie jetzt? ...0,3 Billionen US-Dollar sollen abgewickelt worden sein. Biometrische Zahlungen sollen bis 2026 weltweit 3 Milliarden Nutzern und einen Wert von 5,8 Billionen Dollar erreichen. Biometrische Zahlungen? Was? Google Intelligence prognostiziert. J.P. Morgan ist nicht der einzige Zahlungsverkehrsdienstleister, der aktiv die biometrischen Verfahren für persönliche Einkäufe erforscht. Visa stellte seine Technologie für das Bezahlen mit der Handfläche vor und erwartet, dass sich biometrische Zahlungen innerhalb des nächsten Jahrzehnts durchsetzen werden. Die Pilotprojekte umfassen die Authentifizierung von Handflächen, Fingerabdrücken und Gesichtern für die Zahlungen. Biometrische Ausweise haben wir ja jetzt schon auch, ne? Kamerascan. Ja, dann erkennen die dich einfach, Biometrie, ach krass, Bro. Dann sehen die, was du mitnimmst quasi und dann ziehen die das einfach ab, oder was? Beim iPhone sagt auch keiner was, lol. Nur weil keiner was sagt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht crazy ist, dass die unsere ganzen biometrischen Daten speichern und du dann ohne irgendwie zu bezahlen irgendwo reinläufst, die Sachen rausnimmst und dann wieder rausläufst und das dann von deinem Bankkonto abgezogen wird, so. Das ist die totale Kontrolle, Bruderherz. Das hat angefangen mit diesen Sachen wie iPhone, Ausweis, bla, bla, bla. Klar, haben da auch wenige Leute was gesagt, weil die uns das immer so verkaufen, als ob das einfach easy ist. So, es vereinfacht dein Leben. Face-ID. Exactly. Exactly. Face-ID beim iPhone. Jeder von uns, oder die meisten von uns benutzen Face-ID. Das ist derselbe Shit. Hat uns langsam darauf vorbereitet. Corona-Zeit haben die Leute auf einmal ihre Gesundheitsdaten auf dem Handy hochgeladen und dann Impfpass irgendwie gescannt und so einen Scheiß, Digga. Ja, ist easier, ist einfacher. Die verkaufen uns das als easy und dann denkst du dir, geil. Aber dann irgendwann merkst du halt, dass du wirklich 24 Stunden auf Schritt und Tritt verfolgt wirst, so. Und dann kommt das Social-Score-System, dann kommt diese digitale Kryptowährung und dann merkst du auf einmal, scheiße, Digga. Wenn ich jetzt was gegen Corona sage oder mich nicht impfen lassen will, dann bin ich gefickt. Und dann fangen die Leute an, sich darüber Gedanken zu machen und zu sagen, ja, scheiße, Digga. So ein Ding wird das sein. Propagieren ein schnelleres und sicheres Kassiererlebnis. Dazu sind Kunden offenbar bereit, zum Bezahlen ihre biometrischen Daten zu verwenden. In dieselbe Richtung geht die Entwicklung zur Überwachung, zur Förderung und zum Erhalt ihrer Gesundheit. Haben Sie schon von Nanotattoos als Biosensoren gehört? Tätowierungen sind längst populär geworden. Sie haben nicht nur ihre Verborgenheit verloren, sondern entwickeln sich zu einem Stück Technologie. Entwickelt wurden Nanotattoosensoren, kurz BNTS, von Christen Depel-Castro, Dozentin an der Yeditepe Universität in Istanbul und Onur Ergen, den Stadtvertretenen Vorsitzenden für Forschung und Entwicklung an der Abteilung für Elektronik und Kommunikation der Technischen Universität Istanbul. Eine Methode, mit der Tätowierungen implantiert werden können, die passiv und drahtlos kommunizieren, ohne Implantate oder externe Energiequelle zu benötigen. Das Tattoo reflektiere empfangende Hochfrequenz-Signale und stelle damit eine Verbindung mit dem Smartphone her. Dieses kann so kontinuierlich überwachen und die gesammelten Informationen mittels KI auswerten. Die Entwicklung kompakter und selbstständiger Biosensoren soll es ermöglichen, unseren Gesundheitszustand zuverlässig, in Echtzeit und kostengünstig zu überwachen. Und um die Dinge einzuführen, um die Dinge einzuführen, machen die natürlich erstmal, da kommt eine richtig krasse Pandemie oder irgendwas richtig Heftiges, was viele Menschen killt und so und dann sind alle bereit dafür. Komm, mach rauf das Tattoo, scheiß drauf. Mach rauf, Digi. Ja, die brauchen natürlich irgendwas, um das einzuführen. Da muss irgendeine krasse Katastrophe um die Ecke kommen, damit alle reinvertrauen und sagen, ja, ja, passt, passt. Das Interesse, dem Wohle des Menschen gilt, wie vordergründig lauthals glaubhaft gemacht wird, muss bezweifelt werden. KlarTV hat bereits in dutzenden Sendungen aufgezeigt, wie die Menschheit schrittweise in verschiedenen Bereichen in eine Totalkontrolle geführt wird. So sollen zum Beispiel die Bürger durch Abschaffung des Bargeldes und Nutzung des digitalen Euro gläsern und manipulierbar werden. Faktisch wird durch den digitalen Euro die finanzielle Privatsphäre der Menschen abgeschafft. Als Basis zur Totalüberwachung selbst in den eigenen vier Wänden kann ihr WLAN genutzt werden. Zusammenfassend muss gesagt, Hat doch was geklingelt im Hintergrund, ne? Habt ihr das gehört? ... die Privatsphäre der Menschen abgeschafft. Hört ihr das? Das ist so ein Klingelton im Hintergrund. Basis zur Totalüberwachung selbst in den eigenen vier Wänden kann ihr WLAN genutzt werden. Der Bruder hat beim Aufnehmen hat Telefon geklingelt hinten. Zusammenfassend muss gesagt werden, Die Speicherung und zunehmende Verwendung der biometrischen Daten der Menschen wird eine totale Überwachungsdiktatur ermöglichen. Sie öffnet den Missbrauch durch den Staat, Der seine Bürger auf Schritt und Tritt beobachten kann, aber auch Kriminellen Tür und Tor. So plant das WEF mit seiner Agenda 2030 jeden Menschen, Das WEF habe ich noch nie gehört. WEF meint die, ne? ... glücklich zu machen ohne Privatbesitz. Sein Leben und Denken soll umfassend kontrolliert und manipuliert werden können. Stichwort Transhumanismus. Also die Verschmelzung von Mensch und Maschine wird von globalen Schaltstellen wie WEF und UNO als unverzichtbare Weiterentwicklung des Menschen propagiert. Er soll ein kontrollierbares und steuerbares biotechnisches Produkt für die kriminelle Machtelite werden. Quasi mit einem... Machen gute Ansagen, ne? Die Jungsinnen hier von Kla.TV. ... einzigen Knopfdruck ausschaltbar, falls er keinen Nutzen mehr erbringt. Wie kann der Mensch einem solchen Gleichsein biometrisch-digitalen Gefängnis jemals wieder entfliehen? Schwierig. Deshalb an dieser Stelle eine deutliche Warnung vor der heuchlerischen Propaganda für scheinbar positive Anwendungen solcher digital-biometrischen Technologien. Ist so, Dicker, ich nutze nicht mal Chat-GPT. Ich mach da nicht mit, sag ich dir ehrlich. Ich mach da nicht mit. Ich bleib oldschool. Widersetzen sie sich einer technisierten, manipulativen Diktatur, indem sie sich schon heute persönlich mit wahrheitsliebenden Menschen vernetzen. Fröhlich. So werden sie Teil einer freien neuen Welt. Denn das könnte überlebenswichtig werden. Geil, Alter. Cooler Bericht, ne? Finde ich gut, diesen Kanal hier. Wir haben uns doch gestern auch ein Video von denen reingezogen, glaube ich, Alter. Liebe geht raus auf jeden Fall. Schreibt mir eure Gedanken unten in die Kommentare rein und seid vorsichtig. Passt einfach auf. Passt einfach auf und seid bewusst vor allen Dingen. Ihr müsst Bewusstsein erlangen. Ihr müsst euch diesen Sachen bewusst werden. Ihr müsst das kommen sehen. Und dann könnt ihr auch dagegen was tun, im Endeffekt. Also, I love you. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Gang. Peace out.